moin moin meine freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von let's play mass effect andromeda freundlich dass ihr wieder dabei seid wir haben hier alle relays aktiviert alle relikte und müssen jetzt da unten ich bin sehr gespannt was uns da erwartet und ich würde sagen wir nehmen einfach den weg hier unten längs what the fuck alles klar was ist das hier oh guck mal das ist klar da nehmen wir natürlich das müsste automatisch heißen dass wir einen neuen schnellreiseflug hier haben hier ist auch noch sicher in der Strahlung drin was wir hier schon wieder alles haben meine güte guck mal hier hinten ist der erste mörder da könnten wir eine sidequest abschließen aber ich finde wir verfolgen jetzt erstmal die hauptquest oh hier 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 лежit hier 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 Postele Aktivite present Gucken wir mal was ist jetzt los Äh Was auch immer los ist, ich glaube es ist nichts gut ist Ich bin erstmal wieder weg hier Achso, unsere Lebensanzeige ist aber schon sehr arg low Uiuiui Erstmal den Tanki damit Alles klar Alles klar Das hat mega Stil Also unsere Kollegen ist schon da Natürlich Eine Reliktbrücke kann ich scannen Okay Da waren wir mal hinter Hey Pebbles Dann rein da Oh wir können mal wieder neue Waffen auswählen Ähm Stimmt ich habe ein neues Sturmgewehr gefunden Na Die Salkine Mehr Damage Deutlich mehr Damage Wischen weniger Präzision Weniger Munition Kleinere Magazine Und geringere Aber komm das probieren wir aus So viel Damage Das Ja ist in Ordnung Das auch Okay Ich bin Nein 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 Dazu cry Das kann nicht richtig Das schwЭто Eine fremung Da ist ein Geheimnis Da muss Hier Da muss Zufrieden? Oh, du bist gut. War doch gar nichts. Oh, das kann nicht die Luft sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiot, PB. Das war nicht die dritte Tür. Das ist... Ich werde dir wissen. Hey! Alles klar. Interessant. Jetzt sind wir in irgendeiner unterirdischen Tech-Einrichtung. Mal sehen, was wir hier haben. Aber wo geht es uns? Ja, ich sehe nichts. Ja, ich sehe nichts. Was... ...the... ...fucking... Nicht, was wir suchen. Aber es ist wert. Es ist wert. Es ist wert. Ich habe deine Rückseite. Schau mal da. Siehst du das? Es ist ein Bild von Informationen verletzt. Ich denke, das Gravite-Well funktioniert auch. Dann haben wir einen Weg raus. Du bist schon nicht verlassen, oder? Nicht bis wir die Prozessor-Kontrollen. Nur Minimal-Power. Ich denke, das hat die Atmosphäre verletzt. Aber... Pathfinder. Unsere Konduit unter dem Boden ist einfach aktiviert. Fluid läuft über ihn. Es könnte es generieren, dass es eine Erdwärmung ist. Ihr Scanner hat mehr Details. Keine Ahnung von irgendwelchen Katzen. Vielleicht können sie nicht in die Vault. Aber du kannst. Das wird ihre Augen. Glücklich. Ich sehe die Konduit, Sam. Whatever es ist, geht aus der Raum. Ja. Was sagt mir das? Wow. Ich war wirklich nur auf die Grundlage. Oh, den hier würde ich noch scannen. Datenbüste? Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Was geht jetzt? Eine Gravite. Und... Das ist neu. Was ist es? Ein Symbol der Autorität? Ein Schlüssel? Es ist leicht, mit Remnant zu spekulieren. Aber wir brauchen mehr Fakten. Ich werde sehen, was ich auf dieser Schönheit finden kann. Vielleicht auf dieser Weg. Was, was dieses Platz im Lockdown hat, ist auf dieser Weg. Das finde ich nicht gut. Du hast keine Horror-Videe gesehen, oder? Wir haben keine Ahnung, was hier drin ist. Und wir werden niemals, wenn wir etwas verletzt haben, weil wir in einer Gruppe sind. Ich werde mich auf der Radion. Ich bin auf der Radion. Ich bin auf der Frequenz 1.45.8. Ich bin auf der Frequenz 1.45.8. Alles klar. 10 Kredite sagen, sie endet in ein paar Spiken. What the fuck, Alter? Alter, ey. Das sieht schon krass hier aus. Kommen wir hier durch. Da gehts links. Ist das hier auf der Tür? Ich muss die Tür. Hm. Okay. Dann gehen wir doch erstmal hin zum Dingskirchen hier. Zum Waypoint. Okay. Die Konsole. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt durch möchte. Andererseits scheine ich keine große Wahl zu haben. Ist hier alles schon arm. Nichts. Ich glaube, sie haben es benutzt, wenn sie in diesem Dingskirchen arbeiten. Ich glaube, sie haben es benutzt, wenn sie in diesem Dingskirchen arbeiten. Ich glaube, sie brauchen ein ganzes Aqueduct. Ich mache das zwei Aqueducten, zumindest. Ich habe nur einen. Verschrecken. Jetzt gehen wir nach meinem Dingskirchen. Daher geht es nicht. Schlechend? Schlechend dich nicht zu sehen. Es öffnet durch die Tür. Steigerst. Noch raus. Die Teilen手 caucus! Das ist ein verdammter Merk für die Gewaffe. Wir sind gut. Schau! Ah, seht ihr euch, es ferns! Das ist euer Ernst? Was geht hier denn ab, ey? Das ist übel, ey. Warum ist das Lippe nicht aufgelistet? Obwohl das Konduit aufgelistet, es beginnt wieder zu fliegen. Würde das nicht so etwas sein? Okay, der Raum nur für den Behälter. Reliktprozessorkern. Okay. Was sind das hier? Warum sind hier so viele blaue Punkte? Ach so, weil das noch keine Feinde sind. Auf da! More Remnant! Okay. 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 ich bin doch nicht so ganz zufrieden mit der waffe die ich habe aber das lässt sich jetzt gerade nicht mehr ändern da oben ist eine tür gerade durch die komme ich nicht durch ah ja ja die ist irgendwie versiegelt da kommen wir nicht durch ok Ok. Erstmal kurz hier hinschauen. So. Dann schauen wir mal. Was erwartet uns hier? Alter, what the fuck. Einfach nur. Okay. Wenigstens muss ich hier in Einzelnen scannen. Verschwinden die hinter uns dann auch wieder? Ja, tun sie. Was hat das hier mit auf sich? Was finden wir hier gleich raus? Ja, da sind wir der Sam. Ja. Better safe than sorry. Take them out! You're sure this well isn't gonna open up under us? Pretty sure. Focus on the remnant. The well is sealed. Damn. Maybe we could use the conduit for emergency power. Same as before. Okay, 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 okay. Chima. Chima, ganz kurz. This device appears defensive in nature. The conduit splits and goes through each of those devices. In the face they must complete the circuit and allow the world to open. If it gets us to the system lockdown, let's try. No good, lockdown against hostiles. 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 Okay, let's go both of those consoles and complete the circuit. Nice. There's no action where we want. There's a reductions in old ten. Let's make sure we want to release the operation, let's say the reloading machine to do. so hier drüben wird auch noch eine konsole sein und ich denke mal damit das vorjahr aufgehen hauers dort kraft konnte mit star konnte für krasse ist verheiratet die aktivität am besten But then we have the power left. Slimey to the moon! Unklar. Radiation counts indicate the vault has been offline for several hundred years. Around the time, the scourge appeared? That can't be a coincidence. Was geht hier? Was geht hier? Was ist passiert? Ich kann keine drüben arbeiten. Die drüben sind verbrecht. Hey, warte! Die Observer haben die Frequenze von Lezer benutzt. um eine Bühne zu verbrechen. Ich kann die Frequenze an deinem Umni-Tool. Vielleicht können sie die drüben? Okay. Die Systeme reagieren zu diesen Frequenzen. Nur ein Patsch-Job, aber es sollte halten. Schön, dass es funktioniert. Wenn es funktioniert, sollte das Konsole jetzt funktionieren. Dann interagieren wir. Schauen wir mal, was jetzt hier war. WTF? 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 Was, dass ich da jetzt so rüber springen soll? Ach du Scheiße. Death-Counter-Rising! Oh, hey. Okay. Oh Gott. Wait a second. What? Wait a second. Wait a second. Spiel doch mal. Oh Mensch. Komm mal weiter. Oh yeah. also die Waffe macht schon ordentlichen Fumms, ey, aber... Mannabgang, jaja Oh, Muni! Oh, das sind noch mehr Feine Da ist noch ein Assembler Mannabgang, komm Okay, die Blume brauche ich nicht nochmals gerne Ah, warte, Behälter, habe ich mir noch fast gedacht Mehr Loot Oh, jetzt müssen wir hier rüber Okay Oh, come on Okay Erstens kopfst du dich an, Mann Was immer mit dem da abgeht Der hat einfach gar keinen Bock mehr Ne, zufrieden bin ich mit dem neuen Stimmgewehr, aber doch noch nicht Oh Oh Uiuiui So, wie kommen wir denn hier jetzt rüber Hier will ich hier nichts Gleiten Okay, die Tür ist auch dicht Dann die nächste Relikt-Konsole aktivieren Dann die nächste Relikt-Konsole aktivieren Nice work, people oder to gravity wells down already this place goes even deeper what's at the bottom let's not find out the hard way too far die gucken immer gerne wieder das ist wohl wahr hier oben ein interessantes stuff hier mal ein behälter loot nehmen wir wieder mit eieieiei huch wir sind ja schon wieder am ende der folge ok ok wir sind nah dran aber wo wir nah dran sind das finden wir erst in der nächsten folge raus liebe leute ich hoffe ich habe bock ich freue mich wenn ihr nächstes mal wieder dabei seid wünsche euch noch einen schönen tag haut rein bis die tage ciao 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 ciao